Hallo, schön, dass du da bist. Diese Meditation soll dir helfen, innere Ruhe aufzuladen und die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Du findest einen bequemen Sitz deiner Wahl und wenn du soweit bist, entschließe deine Augen und zieh dich ganz zurück in dich selbst. Werde dir bewusst, dass ohne du darauf achten müsstest, dein Atem jetzt sich in aller Ruhe weiter entfaltet. Spüre, wie dein Atem durch dich ein- und ausströmt und wie du bei jeder Ausatmung jetzt noch ein bisschen mehr loslässt, dem Körper erlaubst zu entspannen. Der Bauch entspannt sich, die Schultern entspannen sich, die Gesichtszüge weich, die Kiefergelenke entspannt und der Punkt zwischen den Augenbrauen ist ganz entspannt. Schenk dir hier noch ein paar tiefe und vollständige Atemzüge und nimm wahr, wie du bei jeder Einatmung jetzt noch mehr hier ankommst und bei jeder Ausatmung alles Alte gehen lässt. Und nun werde dir bewusst, da keine Reize mehr jetzt von außen zu dir kommen, wie sich das ganze Panorama der geistigen Aktivität dir öffnet. Nimm wahr, wie Gedanken kommen, Gedanken bleiben und Gedanken gehen. Der Geist folgt seiner Natur, er denkt, der Geist bewegt sich und du bleibst ganz entspannt und schaust dem zu. Wieder wird ein Gedanke ankommen, er wird Form annehmen und er wird um deine Aufmerksamkeit bitten. Doch wenn du im Zustand des Beobachtens bleibst, wird er sich irgendwann wieder verflüchtigen und verschwinden. Ganz natürlich, ganz normal. Und wieder wird etwas kommen, wird versuchen, deine Aufmerksamkeit zu erregen, ein Gedanke, eine Emotion, ein Gefühl, eine Erinnerung, eine Empfindung oder ein Bild. Und wenn du den Zustand des Beobachtens bewahrst, wird alles kommen, bleiben und wieder gehen. Lehne dich innerlich zurück und beobachte dieses unablässige Entstehen, Bestehen und Vergehen. Kein Gedanke bleibt, keine Empfindung ist beständig. Alles wandelt sich. Stetes, unablässiges Kommen, Bleiben und Vergehen. Und nun spüre in diesem steten Wandel, wie etwas in dir ganz ruhig bleiben kann. Das, was beobachtet. Spüre diese ruhige, stabile, innerste Instanz deiner selbst. Das bist du. Das ist dein Dasein. Die Gedanken, Gefühle und Empfindungen, die immer wieder kommen und gehen. Nein, das bist nicht du, sondern das, was schaut und was beobachtet, was immer bei sich ist. Lasse deine Gedanken und dein Geist in seiner Aktivität und bleib du ganz bei dir. Bei deiner nächsten Einatmung stellst du dir vor, wie du ein Licht in dir aufnimmst, das die Ruhe, Gelassenheit. Und Sorgenlosigkeit schenkt. Und in der Ausatmung spürst du, wie diese Qualität der Ruhe, der stabilen inneren Instanz, sich in dir ausdehnt und um dein Körper herum. Einatmen, Ruhe, Gelassenheit, Stabilität, Ausatmen, Zweifel, Sorgen, Ängste. Bleibe in Verbindung mit deiner Atmung. Und dann ab. Und dann atme hier noch einmal tief ein und aus und fühle die heilende Energie Deine Worte, die Du in Dir jetzt aufsagst wie ein Mantra Ich bin ruhig Ich bin in Sicherheit Liebe durchströmt mich Ich bin ruhig Ich bin in Sicherheit Liebe durchströmt mich Verweile hier in Meditation Und immer wenn Du merkst, Gedanken, Emotionen steigen in Dir auf Bleibe in der Beobachterhaltung Und wiederhole hier Dein Mantra, um Dich immer wieder bewusst zurückzuholen Und Dich mit Deiner inneren Instanz zu verbinden Ich bin ruhig Ich bin in Sicherheit Liebe durchströmt mich Ich bin ruhig 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann ist es langsam Zeit, wieder zurückzukehren, den Atem zu vertiefen. Und bedanke dich einmal bei dir selbst, dass du dich auf diese wunderschöne Reise zu dir selbst begeben hast. Und dass du bereit bist, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen, dich selbst zu erkennen und dich mit deiner inneren Kraft zu verbinden. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald. Namaste. 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 Namaste.